Unser Projekt, das wir hier vorstellen, ist eigentlich ein Hilferuf, oder ein Hilfenschrei, müsste ich schon fast sagen. In Thurgau gibt es Hausbesitzer, die seine Wohnungen an geistig Behinderte vermieten, zu ganz günstigen Tarifen. Und in einer dieser Wohnung ist kürzlich etwas sehr tragisches, sehr trauriges passiert. Da hat einer dieser Bewohner und Patienten in einem Top-Suchtsanfall die Wohnung kurz und klein geschlagen, vor allem die Küche und Badzimmer kaputt gemacht. Und was eben noch tragischer ist, am Schluss hat er sich noch das Leben genommen. Der Hausbesitzer möchte jetzt die Wohnungen wieder zur Verfügung stellen und möchte sie gerne, dass sie wieder instand gestellt sind. Es gibt einfach dort ein Problem, weil das eine mutwillige Zerstörung ist, zahlt keine Versicherung. Und das ist der Grund, warum wir hier unser Crowdfunding aufgetan haben. Wir brauchen unbedingt in ein paar Tausend Franken, wo wir mit dem Wohnungsräumvieren wieder Plätze für Behinderte schaffen können. Und wir haben sogar auch schon einen Installateur gefunden, der bereit ist, zu ganz günstigen Konditionen das alles instand zu stellen. Er hat sogar schon angefangen mit dem Ganzen. Also, der langen Rede kurzer Sinn, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Spendet, helft uns. Merci vielmals.